Wenigstens haben wir geklickt mit dem Wetter. Blei, zu geil. Werden wir auch aufs Maul kriegen, aber die Sonne bei Wettertacht. Ich guck mal hier für dich nach Salewa. Und, nein, Blutzeb, Augmentin, auch nicht übel. Ich habe vergessen einzupacken. Hier war die Fassplatte. Was, Fassplatte? Für seine MP133 zum Tauschen für das Ding. Die kann man tauschen? Ja, den schwarzen Unterlaufgriff. Ah, hier, warte, hier, da. Ah, hier, musst du aufheben. Da kommt er mit seinem Startpapier. Jetzt auch eine Juseck-Mütze. Ja. So, ja, wohin es geht? Ich bedanke dich bei Blei. Immer. Blei-Spanne. Was ist mit dem los, Alter? Ich dachte erst kurzzeitig, es war einer von euch. Dann dachte ich mir, nee, kann ja nicht sein. Außerdem hässliche Gelb und sowas. Ja. Also das war ein richtig dummer Scrap. Einfach vor allen Dingen. Ja. Was macht er hier hinten? War wirklich schön. Ne, hab ich noch nie gesehen hier hinten. Ne. Frech. Einfach frech ist das. Frott ist frech. Schuckrie. Was fitcht denn hier? Ich brauche USB-Sticks. Ja, ist auch einfach. Dafür würde ich töten. Erstmal schließen. Was? Blei, hast du Stress? Äh, Noti? Das ist die Straße. Ja, ja, ja. Spiele? Ja, ich denke, ja. Da bringst du uns noch rum. Warte, wo bist du? Ich bin hinten, ich gehe durch den Durchbruch und schieße auf die Straße. Okay. Da kann man auch hin. Wo war der Noti? Auf der Straße. Er kommt. Er ist jetzt bei dem Durchgang, wo es oben rüber gesprungen wird. Weißt du, bei der Mülltonne? Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay. Habt ihr ihn? Ja. Das ist noch einer, das ist noch einer. Scheiße. Vorne, direkt geradeaus, 12 Uhr. Stahli, leg ihn um. Äh, Bocki, äh, Noti. Nein, Blei, mein ich. Mist. Das waren zwei Janger. Ich bin tot. Er? Ja, ja, ich bin tot. Ach so. Ich hatte nur eine Pistole. Abbiegen. Sehr gut. Ja, ich hab ihn auch zweimal, zweimal hab ich ihn auch getroffen. Äh, 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 äh. Warum auch? Am Seifenzelt, Alter. Aber, dann mach ich jetzt hier wieder ein Schilden, bis die Skefs kommen. Oh, da steht ein Step. Ich habe also den Schilden enthalten, bis die Skefsて her. Ich habe auch nur einen Schilden in den Schilden. Aber,ster,stutzer,stutzer,stutzer undstutzer. 40 meter alle leck mich am arsch das war mir jetzt keine 40 meter man das habe ich auch schon wieder vergessen ins bein habe ich ihn zwar geschossen aber niemals 40 meter kann ich mir nicht vorstellen da gibt es halt den headshot gratis so legt er sich nicht hin jungen hat er noch einer hat nur rumgesaftet als paul er geht das kann doch nicht wahr sein ist denn das die möglichkeit völlig außer rand und band an dieser typ ja wo ist er denn ich habe ihn nicht mal gesehen und er schießt die ganze zeit dann brauche ich ja wieder 40 meter mann man weiß wollte ich mir eigentlich hier so ein scope auf die knarre zimmern aber es ging mit der nicht wo ist er denn da war einmal bein jetzt brauchen wir noch zweimal bein einer hat noch rumgequiekt so 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 da ist er aber zeigt kein bein zeigt ok da geht es schon los und wie die bienen so Vielen Dank. So, dann brauche ich bloß noch ein Stück Seife und dann werden Träume Wirklichkeit. Schon wieder einer. Lass sehen. Ja, geschafft. Ich glaube es war ein guter Zeitpunkt sich da hinten aus dem Staub zu machen. So, jetzt zum Emmercom Camp. Da wird aber die Seife rumliegen, Mann. Hä? Oh, das ist ein Hitten Stash. Den habe ich ja noch nie gesehen. Geil. Jetzt nehmen wir mal den Mist mit. Was ist das? Caps. Einer mit. 6B47. Ach, weg damit. Schade drum. Hätte ich das gewusst, hätte ich versichert. Wo bleibt mein Streamer-Loot? Oh, keine Munition. Oh, keine Munition. Wischui. Er hat Wischui auf mich. 1,2,3,3,4,4,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,6,7,6,5,5,6,6,7,7,7. Was ist das? ist der trottel draußen bist du noch zu retten ist da in den container rein da hund Das ist der Nächste. Entschließt mich doch mal in Ruhe. Habe ich den weggemacht? Was für Vollassis. Er hat doch geröchelt. Oder waren es zwei? Leck mich, diese Scheiß-Gefs. Diese Huren sind in meinem Helm. Das ist der Nächste. Das ist der Nächste. Das ist der Nächste. Das ist der Nächste.